So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir, ähm, keine Ahnung, irgendwas gespielt. Was haben wir denn gemacht das letzte Mal? Warte, jetzt ist Part 69, ne? Dann haben wir das letzte Mal, lasst mich kurz hier rumklicken, während es hier sowieso alles noch lädt. Kann ja gerade nicht skippen. Endlos schwer No Skip, klappt ja super, haben wir gemacht. Ach ja, das war toll. Das hat super funktioniert, können wir gerne weiter probieren. Aber vorher habe ich einen Code von Aggressor und den werden wir uns mal angucken. Er schreibt, gerade ein Level gesehen, was vom Streamer nicht zu Ende gespielt wurde. Und deswegen ist so ein Nicht-Springen-Level. Also deswegen, und dann kam der Code, ist so ein Nicht-Springen-Level. Gucken wir mal. Ich habe da ja ein bisschen, äh, Bedenken, wenn das Streamer nicht zu Ende gespielt hat, ob ich es dann zu Ende spiele. Aber hey, wir werden sehen. Das ist mir völlig wurscht, wer meine Rekorde bricht. So, CB0. So, und wenn der jetzt falsch ist, ich schreibe ihn direkt aus dem Tweet ab. Also, ja, da kann ich keinen Fehler machen, außer blind sein. Das kann ich. Das kann ich sehr gut. Aber es sollte passen. So, KSB. Zack. Let's go. Finde ich dumm. C, B, Null. Das ist richtig. R, R, B ist auch richtig. K, S, B. Ich habe das richtig abgeschrieben. Ich schwöre. C, B, Null. R, R, B. K, S, B. Ich schreibe mal, Code funktioniert nicht. Vielleicht antwortet er in der Zeit. Ich glaube es aber nicht. So. Dann gucken wir halt so, was uns Neues beschert wurde. Also, vielleicht dann in den nächsten Parts. Ich habe das aber richtig geschrieben. So steht es hier. C, B, Null. R, R, B, KSB. Ist so nicht springen Level. Vielleicht hat es das Team mal ja aus einem ganz gewissen Grund nicht abgeschlossen. Weil es nicht geht. Und das hat dann auch jemand festgestellt. Ihr habt keine Ahnung. So. Ach, guck mal. Neues Lied. Love, Colored Magic. Das, glaube ich, kenne ich jetzt aber. Das kenne ich aber, glaube ich. Schauen wir mal. Hören wir mal rein. Hören wir mal rein. Ich meine, das müsste ich kennen. Ich meine, das müsste ich kennen. Das klingt zumindest bekannt. Love, Colored Magic. Mal gucken. Ach so, Walk. Ja klar. Ja gut, den Teil hat er jetzt etwas verkürzt. Aber hey. Okay. Aber so. Ist es jetzt wieder so, dass ich einen Remix kenne, der ein bisschen anders ist? Und es war das hier näher am Original als der Remix? Oder hat er ein paar Töne nicht ganz so... Ich war mir, ich war mir unschlüssig. Ich werde das nochmal schneller durch, weil Walk kam mir irgendwie so langsam vor. Also hier ist es halt komisch, dass der eine Teil übersprungen wird. Aber klar, es kann halt nicht so lange gespielt werden. Aber ich dachte an der einen Stelle, dass es höher geht. Das geht eben so... Und ich dachte, es geht so... Äh, keine Ahnung. Egal. What do I know? What do I know? What do I know? So. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir überhaupt auf... Ja, tun wir. Hä, Rekord? Okay. Hat der vor mir dann, der den Rekord aufgestellt hat, ist der da nicht durchgerannt? Ich bin doch jetzt nur gerannt. Mehr habe ich doch nicht gemacht. Das ist doch dann aber jetzt ein Rekord, den keiner mehr brechen kann, oder? Oder? Kann man den noch brechen? Ich renne jetzt mal komplett durch. Ich will nur kurz gucken, ob ich... Weil wenn, wenn, wenn gerade jetzt die Gelegenheit ist, sich hier zu verewigen... Es ist ja so, bei, bei, äh... Leveln, die einfach nicht schneller gehen... Weil sie einfach nicht schneller gehen, ist dann ja einfach derjenige... Der halt als erstes die schnellste Zeit, äh... Ermittelt. Der, der da steht. Und... Da kommen zwar ganz viele immer auf den Rekord wieder... Aber es bleibt halt dabei. Das heißt jetzt gerade... Das ist wahrscheinlich so frisch, dass Lee, dass noch keiner einen Rekord hier aufgestellt... Also noch keiner einen richtigen Rekord aufgestellt hatte. Und das haben wir jetzt gemacht. Da würde mich jetzt echt interessieren, ob der irgendwann gebrochen wird. Das würde mich... Weil es geht ja nicht schneller als Rennen. Was, was will ich tun? Ne? Ja, das bleibt bei dem. Okay. Ich weiß nicht, ob der gebrochen werden kann. Ich würde mich sehr wundern. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ist aber auch nicht relevant. Um ehrlich zu sein, ist es halt nicht relevant. Gut, aber dann ist hier nichts Neues. Keiner baut was. Ich bin Mechaconin. Ich weiß. So. Dann gehen wir doch nochmal an den. An den hier. Rekord 3. Das werden wir doch wohl besser hinkriegen. Aber wir haben ja gesehen, es gibt einfach ganz viele Level, bei denen das halt furchtbar schief geht. So. Geht's dann los? Ach so. Heh. Muss ich machen. Ups. It's so sun. Alles klar. Ach so. Ich würde mir erstmal da unten gerne das Power-Up holen. Da ist bestimmt ein Power-Up. Gehen wir es einfach ganz ruhig an. Ich meine, es ist ein SMB. Also, viel kann nicht passieren. Wir haben nicht viel. Oh mein Gott, hi. Da ist einfach mal. Oh mein Gott, was ist... Okay. Da ist einfach mal ein Bum-Bum. Uff. Oh, ich seh da aber was. Ich werd gleich mal was ausprobieren. Nachdem die hier mal durch ist. Nicht sicher. Oh Mist. Ich dachte jetzt, vielleicht ist da irgendwas, aber... Warum ist das denn dann überhaupt da? Ah. No. Bringst du mir einen Schlüssel oder sowas? Wir werden es noch nicht erfahren, weil ich doof bin. Du bringst mir gar nichts. Cool. Wieso bin ich denn jetzt da reinge... Was tue ich denn? Gut, aber dann kann ich den einfach überspringen. Den Bum-Bum. Bremsen in SMB. Bremsen in SMB. Das geht aber ganz gut schon. So. Verdammt. Wir haben jetzt schon drei Leben verloren. Wir können also schon gar keinen Gewinn mehr machen hier. Wir können nur noch versuchen, hier ohne Verlust rauszugehen. Oh boy. Die Frage ist jetzt, hole ich mir das Power-Up da drüben? Sollen wir es wagen? Wehe, es ist nur Leben. Gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir sind wieder im Game. Oh, ich kann mich halt nicht spinnen. Oh. Oh. Das ist Ziel. Nein. Scheiß Notenblöcke. Oh, mein Gott. Scheiß Noten. Oh, dass die nicht so funktionieren, wie ich die jetzt gerne hätte. Okay, aber das ist ein kurzes Level. Das sollte doch machbar sein, Menschenskinder. So, ich verliere einfach nicht den Pilz. Dann müssen wir den da drüben nicht holen. Und dann haben wir das Level im Prinzip ja auch schon geklärt. Das ist doch nicht das Problem jetzt hier. Lass mich in Ruhe. Gut. Jetzt muss ich den Pilz nicht holen. Ich hab die Sonne gekillt. Ich hab die Sonne gekillt. Yes. 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 Oh, yes. Oh, no. Nein, der geht hoch. Ah. Dang it. Wir kriegen vor allem kein Leben aus dem Level raus. Ah, ist das doof. Ah. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. So, jetzt muss ich mir hier den Pilz wiederholen. Den brauch ich auf jeden Fall. Anders geht das hier gar nicht. Nein. Jetzt, äh, muss es anders gehen. Nein, ich wollte die wieder töten. Ach, verdammt. Oh, nein, wir waren so knapp dran. Ach, warum bin ich denn so eine Nuss? Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Lass mich in Ruhe. Nein! Gibt's doch nicht. Ah, das Level ist jetzt an sich nicht schlecht. Also kann man nicht sagen. Das Level geht voll klar. Ach, ist das. Es ist halt schwer. Aber nicht schlecht. Es ist halt schwer. Hat sehr viele unschöne Stellen. Gut, die Notenblöcke sind... Äh, die müsste ich nicht unbedingt haben. Weil die halt immer kritisch sind. Ah, und ich krieg das Leben nicht. Ich sag's ja. Sechs Leben verloren. Nichts gewonnen. Ei. Weiter Programm. An sich verdient's schon ein toll, ne? Ist das ein Level, was man... Man konnte spielen. Ich mein, ich bin halt doof. Und schlecht. Das ist ja nicht... Kann ja nicht ein Level erbauen. Aber was dafür. Es war ja nichts Unfaires. So, let's go. Ich fand, da war nichts Unfaires. Das war voll okay. Ich siege alle Bullis und erreiche das Ziel. 40 Stück! Die dauern doch drei Jahre. Vor allem, es gibt kein Checkpoint bei so einer... Das kann doch nur mit, mit, mit... Mit Sternen dann oder so laufen. Oh boy. Oder halt irgendwie anders. Keine Ahnung. Mach dich weg! Ach so, ich kann ja klettern. Hahaha. Das muss irgendwie mit Sternen dann oder... Keine Ahnung. Mit irgendeiner Technik noch funktionieren. Später. Kann ich den von da oben so... Yes. Okay. Okay, den zerquetsche ich zum Beispiel einfach. Okay, ja gut. Das geht auch. Ich hätte einen Pau mitnehmen sollen. Oh, schade. Ich dachte jetzt, ich bin schlau. Ah, muss ich machen. Aber erst hier. Ja, toll. Die Mechanik muss man auch erst mal kennen, ne? Aber, ja, man kennt sie halt irgendwann dann. So. Aber mir macht die Zeit schon Sorge. Irgendwo muss es dann ganz schnell gehen, plötzlich. Oh ja, die lassen wir erst mal alle landen. Äh, okay. Ah, was jetzt? Bin ich denn dumm? Wow. Wie ist sie sich einfach selbst erledigen? So, jetzt aber. Go. Äh, hier wollte ich nicht hoch. Uah. Nein, das ist der. Muss der da durch? Nein, der muss da nicht durch. Okay. Wieso hattest du ihn jetzt nicht? Mein Gott. Aber Zeit ist halt schon, ne? 14 von 40. Okay, hier sind jetzt viele. Oh boy. Ich dachte gerade schon. Okay. Ja, aber wie soll ich denn jetzt den zum Beispiel kriegen? Ah, ich verstehe. Den einmal nach der Seite. Den einmal nach der Seite. Und nochmal nach der Seite. Uiuiui. Nochmal nach der Seite. Nice. Haben wir jetzt alle in dem Raum? Scheint so. 23 von 40. Hälfte haben wir. Ähm. Ach so. Ich war gerade schon etwas irritiert. Das ist den da oben nicht erwischt hat, jetzt. So. Schlüssel. 29 von 40. Okay, jetzt wird's gefährlich. Wie soll ich den besiegen? Der kann gar nicht unterfallen. Zählt der dann überhaupt? Geh weg! Ja. 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 Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Ich meinte, der kann fliegen. Ja. Ich komm da halt nicht hoch. Oder muss der... Ach so. Der muss dann da rein, oder was? Aua. Oh no. Shit, wie geht das? Was muss ich tun? Ich muss irgendwie da rüberkommen. So muss ich da rüberkommen. Oh weia. Nein, es reicht wieder nicht. Oh Gott. Okay. Flieg hoch. Flieg höher. Flieg höher. Höre. 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 Reicht nicht. Oh mein Gott. Ich hab's doch verstanden. Ich schaff's nur nicht. Yes. So, jetzt muss ich den rüberdrehen. Meine Güte. Ich dreh lieber noch einen rüber. Man weiß ja nie. So, und jetzt muss der mitkommen. Wie, lass mal den hier wiederholen. So, jetzt hab ich ihn getriggert. Nein. Mann, jetzt kommt dieser blöde... Nein, nicht in der Seer. Hier rüber sollst du. Komm. Ja, ja, ja. Oh Junge. Komm, 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 komm. Hopp. Ab mit dir. So, bleib da unten. Ich nehm den mal mit. Ich nehm den mal mit. Das war nicht so smart. Aber das sind die Letzten jetzt, ja? Das waren die Letzten. Ab ins Ziel. Oh mein Gott. Ein Leben dazu. Oh, Millionen Zeit verloren. Ei, 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 ei. Gut, dass der Boss nicht länger gedauert hat. Puh. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert. So. So. Eie, ei, ei, ei. Fly to the end. Oh Gott. Wir müssen fliegen. In dem Hard Level. Äh, äh. Ähm. Oh mein Gott. Können wir nicht? Können wir nicht? Können wir nicht? Können wir nicht? Gott. Das will. Okay, okay. Ach du Schande. Hoffentlich ist das wirklich kurz. Oh, ich dachte jetzt schon, das war zu bald, ne? Das wäre kritisch geworden. Nein. Ach. Die funktionieren aber auch wieder alle nicht so, wie sie sollen, ne? Ah. Ich warte jetzt hier ganz lange. Damit der gar nicht erst wieder schießen... Ach, jetzt hat der geschossen. Lass mich in Ruhe. Äh. Mist. Nein. So, wir warten. Vielleicht wird er gar nicht... Äh, er hat getriggert. Er hat ihn getriggert. Ach, Mann. Von beiden Seiten erwischt. Kein einziger habe ich gekriegt zum Springen. Nicht meins. Nicht meins. Nicht gut. Nicht gut. Hopp. Hopp. Ich bin dann mal zu frei. Okay. Oh, Gott. Das ist die Liste. Ich liebe das Storm-Things. Oh, wass? Da, 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 da. Das ist gut zu wissen, aber... Oh Gott, ähm... Ja, cool. Hi. Oh, yes. Oh, leck mich doch fett. Alter. Ah, der Pilz war gut. Eui, eui, eui. Uff. Geh nach Hause, Alter. So, die Chance, den Rekord zu holen. Dafür müsst ihr zwar... Oh, Trolli. Trollimoli klingt nicht gut. Aha. 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 Das ist halt ein Troll-Level jetzt, ne? Ganz offensichtlich ist es ein Troll-Level. Ja, das bringt mir viel. Wow, Junge. Ach, nee, da war ja noch ein Block, ne? Nein! Können wir dich irgendwie dagegen rollen? Ah, das nützt nix. Ah, guck mal, da oben ist nämlich was. Troll-Levels sind für den Endlos-Modus natürlich genauso kacke. Ich sehe mich halt jetzt nicht hier gewinnen. Ah, ich weiß halt nicht, ob ich den Sprung wagen kann, soll. Oh ja, mein Problem... Ich glaube, den schafft man nicht, ne? Doch, den schafft man. Oh, das war sogar so gedacht. Ey. Irgendwas mache ich doch falsch. Da kommt gleich ein unsichtbarer Block und dann komme ich nicht zurück. Okay. Krieg ich den tatsächlich? Krieg ich den tatsächlich? Krieg ich den? Aber er nützt mir nix, was das letzte Leben ist. Hä? Ah, das will ich nicht auslösen. Da passieren bestimmt Dinge, die ich nicht haben möchte. Sollen wir es testen? Oh, wait. Ich brauch den Shell aber. Das war dafür. Ah, das ist... Du Hund! So, stopp. Ich muss die Shell stoppen. Ich krieg sie nicht gestoppt, so. Aber ich komm da nicht hoch. Okay, Shell ist gestoppt. So, die legen wir jetzt in Ruhe hier ab. Ich komm da nicht hoch, ne? Ne, da komm ich nicht hoch. Dann legen wir jetzt hier mal vorsichtig hier ab. Machen wir mal hier den Wall Jump nach oben. Ach so. Hallo, Fisch. Ja, aber hier komm ich an den Anfang zurück. Will ich das? Da kommt der Mole am Anfang dann jetzt wieder zu anwenden. Äh, der Pizzwitch ist weg. Oh, oh no. Danke. 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 Wie wäre dieses Level jetzt gegangen? Ein Abschluss. Acht Minuten neununddreißig. Warum landet das denn in Hart? Das ist doch dann... So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben... Ach so, wir kommen dann hierher zurück, aber dann... Ja, dann... Das ist Quatsch. Hier will ich gar nicht hin. Was soll mir das denn nützen, wenn ich hier bin? Was ist hier eigentlich? Das nützt mir alles nix. Na, also selbst wenn ich durch die Box hier durchkomme, dann falle ich da runter. Dann töte ich... Ah, das ist gar nicht... Das ist ein Goomba. Ich bin doof. Aber was nützt mir das? Hat der einen Schlüssel? Muss ich den töten, weil er einen Schlüssel hat? Fragezeichen. Das ist alles useless. What? Ich will was probieren. Da oben ist nämlich ne Röhre. Kann ich? Nein? Ja. Oh, verdammt. Ah! Na gut, wir haben ja Leben. Wir haben ja... Wir haben ja, ne? Äh, wir können ja. Wir können ja ein bisschen rumexperimentieren. Wir haben Leben, sag ich schon. Wir brauchen ja keine Leben. So rum. Wir können ja rumexperimentieren. Also, das haben wir ja schon mal gefunden. Das ist ja schon mal interessant. Wofür man das Springboard jetzt braucht, weiß ich noch nicht. Aber... Wir fahren jetzt erst mal hier ne Runde. Mit dem Auto. Vielleicht fahren wir auch nicht mit dem Auto. Weil ich möchte da hoch an die Röhre eigentlich, ne? Oh, oh no. Muss ich eher... Aber guck mal, da drüben ist Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinfahren will. Na gut, müssen wir jetzt halt erstmal in Erfahrung bringen. Ich würde am ehesten halt die Röhre reizen, da oben drüber. Aber wie kommt man da hin? Das war blöd. Wobei, warte. Ich weiß jetzt ja, dass da die Blöcke sind. Sehr gut. Na ja, na ja, na ja, na ja. So, okay. Von da aus müsste ich... Oh no. Schaffe ich den Sprung? So nicht. So nicht. Bringt es eher was, vielleicht die Shell mitzunehmen? Wäre die nächste Frage. Ah, warte. Nein, 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 nein. Ganz anders. Ich glaube, es geht ganz anders. Ich glaube... Hier sind jetzt genauso unsichtbare Blöcke. Die man vielleicht nur mit dem Springboard findet. Ah, nein. Das will ich aber eigentlich nicht. Nee. Nee, aber ich... Nein. So. Aber das reicht einfach nicht. Ich komme einfach nicht bis hoch so. Puh. Na ja, jetzt bin ich nämlich hier. Und es bringt mir einen feuchten Dreck. Genau. Ja, das war dann auch das. Oh, das Springboard ist weg. Nice. Ich habe gar nichts mehr. Heh. Ach, ich bin ja doof. Ich weiß es. Ich bin ja doof. Ich weiß es. Basuf. Basuf. Dafür muss ich allerdings das Springboard rüberschmeißen können. Ha. Wie schmeiße ich das denn da rüber? Das wird nicht reichen. Kann ich das einfach da rüber werfen? Das werde ich nicht einfach da rüber... Oh nein. Das fliegt niemals bis da rüber. So muss ich es doch mit dem Auto machen. Ja, wir können es nochmal werfen, probieren. Aber das wird nicht reichen. Es hat gereicht. Oh mein Gott, wie weit wirft der Kerl. Es ist weg. Mist, das Ding... Screen nimmt sich raus. Oh nein. Das macht das Ganze nochmal problematischer. Gut, dann lösen wir jetzt den aus. Versuchen wir uns nicht zu... Killen zu... Oh, das könnte mit ihm alleine auch funktionieren. Aber wir... Wir probieren es mal so. Nein. Oh, jetzt kommt er nicht da hoch, ne? Jetzt kommt der... Jetzt kommt das Auto nicht da hoch. Nein, das Auto kommt nicht hoch. Es muss mit dem Springboard gehen. Oder hier ist noch ein versteckter Block. Alles klar. Er liebt versteckte Blöcke. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ah, ja, hi. Ich springe hier am besten gar nichts mehr an. Kommen hier noch mehr Geister? Nein, nur da. Okay. Ah. Ich könnte jetzt in die Tür, aber ich traue der Tür nicht. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er die Röhre führt. Hier hoch. Ah, nein! Okay, Checkpoint. What? What? Ah. Okay. Jetzt können wir uns mal die Tür angucken. Achso. Ach, der fliegt! Ja, moin. Das ist viel zu offensichtlich. Oh, okay. Okay. Der gibt mir echt ne Katze. Okay, okay, so weit verstehe ich das. Darf ich hier raus? Okay, es geht nicht oben drüber. Ich hab jetzt aber halt noch nen anderen Ansatz. Die Frage ist... Wenn die Röhre da ist, ist mir schon wieder viel zu offensichtlich. Oh, da ist noch ne grüne. Mist. Okay, da gehen wir gleich wieder raus. Das ist ja in Ordnung. Da ist ja nix passiert. Da ist ja nix passiert. Schnell! Uff! Okay. Was macht die? Okay. 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 Das wär der richtige Weg. Okay, alles klar. Das heißt, die Röhre, die wir da vorgesehen haben, ist auch fähig. Da wollte ich jetzt nämlich mit der Katze dann auch hoch, falls das alles nichts gebracht hätte. Oi! Ja, da kommt man natürlich... In Endlos-Modus kommt man da natürlich voll drauf. Ah, ne. Kein... Also für ein Troll-Level gut. Für ein Troll-Level gut, aber nicht geeignet für Endlos. Deswegen Herz runter. Also nein, deswegen Buh, so rum. Jetzt möchte ich hier noch kurz einen Rekord aufstellen. Nachdem ich eine Sache entdeckt habe, werde ich die Sache natürlich jetzt nutzen. Dafür muss ich ja nur bis hierher kommen. Und dann läuft der Rest. Oh, das wird nicht reichen. Das reicht. Nein, jetzt kommt der dann... Ah, da kommt mir der in die Quere. Okay, aber das reicht aus. Sehr gut. Dann können wir nämlich folgendes machen. Es wird aber... Am Anfang wird es nicht reichen. Am Anfang muss ich... Ja, am Anfang muss ich noch mit den Wirbelwänden reiten. Ah, und wenn die halt funktionieren würden. Ah. So. So. Und jetzt brauche ich die schon nicht mehr. Komm, gib mir den Pilz. Schneller. Nein! Das ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Nicht so ganz. Das war nicht so ganz, was ich wollte. Aber ihr seht, wohin die Reise gehen soll, ne? Wenn man das nämlich weiß, dann kann man das hier alles viel schneller machen. Oh. Ah. Ah. Das funktioniert immer gerade nicht. Komm schon. So. Schieß. Gib mir den Pilz. Und jetzt geht's über die hier, über die hier, da rein. Easy. Sehr schön. Das ist die Zeit, die ich wollte. Vielen Dank. Ai, 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 ai. Klappt nur, wer den blöden Pilz findet. So. Könnt mich mal. Ah. Okay. Gut. Ansonsten müssen wir nichts nachholen. Das ist alles okay. Uff, uff. Falsch. Hat sich hier noch was getan. Just jetzt gerade. Nein, natürlich nicht. Gut, dann beschließe ich hier den Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.